Die spezielle G-Schiene konnte nur mit einer Spezialschiene laufen, die noch stärker war, weil dieses Sprunggelenk unterstützt hat und das geht jetzt sogar wieder mit dieser leichten Schiene. Das Laufen hat sich enorm verbessert, ist viel runder geworden und auch die spastische Hand geht jetzt locker um so eine Hilfe. Man hat die vorher gar nicht aufbekommen und die ist jetzt sehr viel lockerer und auch die Spastik ist eindeutig viel besser. Und die linke Hand, spürst du sie wieder? Ja, die linke Hand spürt jetzt komplett wieder Berührung, was ich 18 Jahre und nicht gespürt habe. Super, da freut du uns sehr. Ich habe verschiedene Medikamente bekommen gegen die Spastik, was alles austherapiert war und nichts geholfen hat. Und jetzt brauche ich weder Spastikmedikamente noch sonst irgendwas, es ist einfach weg. Ich hoffe, dass es noch lange so anhält. Super, freuen wir uns.